Bitte langsam, vorsichtig, bitte. Nein, nein, nein! Ist hübsch, oder nicht? Und auch schön zentral gelegt. Gibt's was Neues? Ja, es tut sich was. Gleich nebenan. Sie wurde wieder vermietet. Das wird keinen Tag halten. Wisst's schon sehen. Hallo! Wer ist da? Na, dein Nachbar. Wir als zwei haben ein Problem mit der Schalldämmung zwischen unseren beiden Wohnungen. Einer von uns beiden muss gehen. Ich werde nicht gehen. Das werden wir ja noch sehen. Nachbarin. Aufhören! Deswegen war die Wohnung auch so günstig. Das hat mich schon gewundert. Andererseits, so zu reden, ohne sich zu sehen, ist doch in Ordnung, oder? Ja. Ich bin groß, dunkelhaarig. Augen? Sie sind blau. Ist schräg, oder? Ja, es ist schräg. Stößchen? Du bist zu Hause? Nein. Ich bin bei dir. Und das? Ich hab jemanden kennengelernt. Wo ist sie denn? Du hast eine schöne Stimme. Ich würde gern dein Lied hören. Ich bin zum Beispiel. Nein. Nichts. Both. Jobs Dean. Und das ist die Stern Dr Vielen Dank.